Willkommen zurück! Okay, da ist nichts. Du, ihr Hässling! Boah, zumindest kriegt man hier Magie. Ja, also noch drei. Boah. Zum Glück kriegt man jetzt hier Magie. Zumindest ein bisschen von dem. Boah, ist das gut? Boah, ist das gut? Uff. 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 Das war jetzt anders. Oh, da unten gibt es eine Kiste. Ich rate, es gibt doch einen langen Weg oben rum, wa? Was bist du? Ah, stimmt. Das war das. Hacken wir ja irgendwie schon mal. Ah, jetzt habe ich eine Abkürzung. Ja. Jetzt habe ich einen Shortcut. Mhm. Jetzt habe ich einen Shortcut. Na, ein Glück. Okay, hier kann ich noch einen Shortcut irgendwie machen. Ich komme jetzt aber da runter. Habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Da ist das, da ist das. Komme ich nur da hoch? Oh, die leuchtet. Man kann sie aktivieren. Okay. Oh, die leuchtet. Weg, 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 weg. Jo. Mit dir. Ja, boi. Das war nett. Ach du Heiland. So. Kann ich auch nur eine Etage runter? Irgendwo? Müsste. Zwei Etagen runter. Nö, es gibt nur den hier. Kann ich hier durch? Irgendwo ist eine Kiste. Diese Kiste möchte ich gerne haben. Okay. Gibt es hier irgendwas, was mich heilt? Was denn du? Keine Ahnung. Du bist, glaube ich, eine Bombe. Ne, du machst Magie. Äh. Dann komme ich da hin. Ah. Muss ja mal rumlaufen. Ähm. Ähm. Nehmen wir dich. Müsst du eigentlich aufs Gleiche hinauskommen. Äh. Äh. Lauf, kleiner Fuchs. Lauf. Hey. Hier noch eine Köderpuppe. Gemeinden. Und, was ist das denn? Äh. Was ist das denn? Kann ich dich anbeten? Äh. Okay, du siehst seltsam aus. Hilfe? Hilfe? Lowlife, keine Hydrechte mehr. Läuft, würde ich sagen. Was machen die damit? Okay. Na? Die hängen da drin, oder? Okay. Gibt es den Schrein? Also gibt es hier einen Bosskampf, oder? Die sind tot. Bombe. Ich habe keine Ahnung, wo ich muss. Boah. Das ist ja schon anders gemein. Panik wieder ein. Boah. Oh, noch eine Flasche. Geil. Das hat sich gelohnt. Oh Gott. Ich wollte auch dich anvisieren. Gut. War noch eine Flasche mehr. Boah. Boah. okay wir haben das aber können wir aber durchrennen es ist ja stimmt die verbrennen ja mein leben war haben wir haben wir die leben sie verbrennen mein leben oh ja ist ja gut ihr seid ihr ekelhaft gott nein seid ihr ekelhaft auch trinken shortcut oder so ja einer geht einer ist kein problem den stoppen hier langsam vorgehen ich brauche doch gleich wieder irgendwas aus dem dritt kann man dieses leben verbrennen aufhalten über diese sichungstürme ich ich habe hier runter Ne, von hinten durch. Uff. Freiges Wesen, faire Schreiner. Eine Notheilung? Gut. So, das ist aber wieder einmal full. Merci. Jaaaa. Oh. So. Weg, 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 weg. Genau, mach die Viecher kalt. Kann sie auch nicht leiden. Weg mit dir. Boah, ey. Ja. Jawoll. Oh, Mann. Ein Arsch voll Wege wieder, ne? Ja, war klar. Das ist aber noch nicht hier lang. Bitte, bitte, nein. Ich möchte erst mal hier lang gucken. Ja. Sprengstoffe. Wollt das mal ausprobieren? Probieren wir mal aus. Vielleicht ist hier der Weg zu gehen. Der Weg zu gehen. Gibt es hier irgendwas? Nö. Ach du Scheiße. Kommen sie da her. Kommen sie. Ach du Scheiße. Kommen sie. Verborgene Kammer, ja. Hier ist ein Kaputter schreien. Nee, die kann man anbieten. 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 Activated. Anbieten. 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 ah ok jemand teleporter der verborgene komme ich wieder weg war doch hier wieder rein wir müssen ja schließlich auch weitermachen würde sagen dass in der nächsten folge bis denn ciao